Willkommen zu einer neuen Folge Curvy Style House. Wir hier sind auf dem Mund Blisnow und mal gucken, was uns da erwartet. Ja, vom Bild her würde ich mal sagen, ob ich da diese Franziska vielleicht? Mal gucken, wir finden es mal raus. Oh, sieht das eigentlich nicht cool aus hier? Komm, wir sind schon. Immer mega begeistert von dieser Eiswelt. Ich merke schon, es war eine dumme Idee, die meine Sternfrau oder Starfrau gewusst zu überlassen. Hätte ich jetzt hier eigentlich Blut gebrauchen können. Mal sehen, was uns dort erwartet. Oh, da war knapp. Okay, ich baue wieder um. Okay, ich baue wieder um. Das ist ein Atemberaubende, was da oben war. Okay, da kann man nichts ausrichten. Nehmen wir jetzt den Schirm oder den Hammer? Was meint ihr? Also, ich glaube, ich nehm ihn. Also, ich glaube, ich nehme ihn. Also, ich glaube, ich nehme ihn. Jetzt spielen wir auf einer Ebene. 99 Leben? Das ist so unglaublich. Okay, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Wer kommt? In Wien dürfen wir antreten. Okay, ich glaube, ich nehme ihn. Okay, das ist doch Franziska, schon wieder. Nein, ich hole mich da raus heute. Ich hole mich doch da raus. Nein, 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 ich hole mich da raus. Und wo ist das jetzt das Herz hingeflogen? Ja, läuft, würde ich mal sagen. Gucken wir mal, was jetzt hier kommt. Planet Tumori. Okay. Ich bin auf jeden Fall nicht sehr begeistert. Wir brauchen kein Schimmelchen. Wir brauchen ein Elektro, wir haben einen Hammer und der Feuer, der Eis. Hier und da muss ich sogar füßen. Ich bin auf jeden Fall nicht sehr begeistert. Ich bin auf jeden Fall nicht. Ich bin auf jeden Fall nicht. Ich bin auf jeden Fall nicht. Ich bin auf jeden Fall nicht sehr begeistert. Ich bin auf jeden Fall nicht mehr begeistert. Ich bin auf jeden Fall nicht mehr. Die Windsteine nehmen wir mit. Das sind ja die verdammten Powersteine, die wir da verdienen. Aber nicht mit mir, ich habe vergessen. Was ist das? Oh. Ich mag solche Pressleute nicht. Schnapp. Ha, die Piste in den letzten Sekunden quasi. Okay. Oh, der Start. Okay. Und jetzt können wir uns die machen. Oh, ich bin so gut. 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 Was ist das? Ich bin so gut. Warum ist der Rasen da so gut bewacht, hm? Der Feuerstab. Ein schönes Feuerstab. Der Feuerstab. Ach komm. Oder muss ich selber sterben sein? Der Feuerstab. Der Feuerstab. Ach, muss ich erstmal warten. Wir haben jetzt Elektro, wir haben... ...störbisch. Hier, jetzt erst. 100 Leben haben wir jetzt. Jetzt ist es... Oh, ey, also... Das ist probastisch. Mal machen wir das hier, ne? ... 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 Wir haben mal ein bisschen abgekürzt und geschummelt. Ach, wir haben schon immer nur wieder auf die zwei. Mondgabel. Was ist das für ein Mond, der sich mit einbauen lässt? Wenn er eine feste Verbindung hat zu dem Hauptplaneten, ist es doch kein Mond mehr, oder? Wieso ist er so versteckt, der Himmels war? Nein. Was ist das denn? Okay, das ist ja auch noch ein bisschen. Okay, das ist nicht so. Oh, die Zeit ist nur gut. Oh, 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 oh. Genug dich jetzt. Nehmen wir das. Nehmen wir das. Nehmen wir das. Nehmen wir das. Okay, das ist jetzt richtig gut. Was bist du denn vor allem? Das ist jetzt diese Wolke. Kracko. Wie geil ist das? Oh, oh, oh. Komm, Leute. Nein. Ich höre wie auf, wie er nun ist, wenn er einen Angriff nach oben macht. Was ist das? Was ist das? Ähm. Setzt zwei. Doppelkacko. Eieieie, das hat schon. Wann ich so nachher deductee. Jetzt bekomm ich's malưỡis. Wie soll ich denn da bitte für- Bitte! Ich geh die richtig gut aus." Vertraue. Nein. Alter, das ist fast ausweichend schon fast unmöglich. Wieso sind die... Ich hätte gestern... Warte mal, man muss... Wieso? Trick 17. Ganz fieser Trick 17 jetzt. Habe ich dich nicht resettet? Wenn ihr hier fliegt, dann kommen wir sonst nach jedem Segel schon auf. Okay, ich bin so. Oh Leute, kommt hier. Oh Leute, kommt hier. Ich bin so. 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 Ich treibe das mal wieder. Das war's für heute. So, mit euch. So, noch so zerklüppschießen. Hi!